TikTok-Star Kyle Marissa Roth ist mit 36 Jahren verstorben Die TikTok-Welt erreicht heute eine traurige Nachricht, Kyle Marissa Roth ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Ihren Tod verkündete ihre Mutter Jackie Conrod. Meine Tochter Kyle ist gestorben. Sie hat einige von euch persönlich und andere durch ihr immenses Leben auf einer anderen Plattform berührt. Kyle liebte und lebte leidenschaftlich. Nichts ergibt gerade einen Sinn und wir werden in den nächsten Tagen mehr verstehen. Seid bitte freundlich zueinander, schrieb sie auf ihrem LinkedIn-Account. Woran Kyle starb, ging aus ihrem Statement nicht hervor. Für die Familie und ihre Fans kommt kühles plötzlicher Tod wohl total plötzlich, wie ihre Schwester Lindsay Roth im Netz erklärt. Als Familie sind wir immer noch damit beschäftigt, ihr Leben zu feiern und zu würdigen. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Sie wisse, dass Kyle viele Menschen mit ihrem Humor und ihrer Intelligenz berührt hat. Wenn jemand über Kyle sprechen möchte, bin ich da, um zu reden und Erinnerungen auszutauschen. Ich werde euch auch über alle geplanten Gedenkfeiern auf dem Laufenden halten. Es tut mir so leid für diejenigen, die gerade jetzt von diesem Verlust erfahren, schreibt sie außerdem. Kyle wurde vor allem durch sogenannte Blind Items zu Deutsch, blinde Gegenstände, auf TikTok bekannt, in denen es um die Gerüchte der amerikanischen Promis geht. Doch auch Beiträge über psychische Gesundheit und Selbstfürsorge teilte sie mit ihren knapp 200.000 Followern. In der Vergangenheit sprach die Internetbekanntheit außerdem über ihre gesundheitlichen Probleme, insbesondere über ihren Kampf mit Darmkrebs, den sie besiegte. Die Gerüchte der Welt